Hey Leute, willkommen zurück zu Dragons Dogma. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich bin jetzt ein Assassine und Sorsha ist eine Zweihandkriegerin. Wo ist sie denn? Da. Und ich habe Regis noch dabei, auch ein Zweihandkrieger und Hamilton eine Magierin. Damit sind wir jetzt ziemlich kampfstark und ich bin schon gespannt, wie das klappen wird. Wird nicht einfach, aber ich war jetzt noch bei der Schattenfeste letztes Mal und habe dort einen Zielkristall platziert. Das ist ganz gut, weil jetzt haben wir wieder mehr Aufträge hier. Barnaby zur blutroten Gestade und Sarah zu den Gebetsfällen. Das war vorher was anderes, oder nicht? So, Sarah zu den Gebetsfällen. Wo ist sie denn? Da ist Sarah. Ist das die Kleine hier? Ne, äh, bin ich bescheuert. Wo ist sie denn? Da ist Sarah. Ach, das ist doch die Frau. Die Frau vom Tavernenwirt. Ja, ein bisschen komisch. Ich habe übrigens die ganz gute Ausrüstung nicht genommen, die ihr mir geschickt habt. Ich habe mir das Krummschwert gekauft, aufgebessert, den Waldbogen. Und ja, es reicht ja schon, dass ich diese Items da habe. Die sind schon sehr stark, finde ich. So, reisen wir mal zu den Gebetsfällen, hä? Teufelsglut... Hä? Teufelsgluthein? Nein. Ach, da geht es noch weiter. Ah, der Dünneswald. Ja, moin. Gleich sind wir da. Geht ganz schnell. Mit dem Reisestein-Express. Ist schon fast ein bisschen zu leicht, wenn man alle Reisesteine hat. Also, dank euch. Vielen Dank. Eugen, danke dir. Danke auch an die anderen, die mir es geschickt haben. Ich habe jetzt jedem aus meiner Friends-List was mitgegeben. Ein Reisestein. Ein Zielkristall, besser gesagt. Na ja. Die anderen, es tut mir leid. Wenn ich euch nichts gebe. Aber, ja. Das ist halt für Leute, die ich schon ewig in der Friends-List habe und auch schon ein bisschen länger kenne. Oha. Ich dachte, das wären Feinde da oben. Warum habe ich eigentlich immer noch die Markierung auf der Karte gesetzt? Wegpunkt Entfernen. Tut mir leid, Schmetterlinge. Ich muss euch ein bisschen die Grundlage zum Leben nehmen. Ist okay. Bamsé, Sarah. Bamsé. Da waren wir aber flott, ne? Easy. Easy, so macht man der Escort fest. Kann ich das irgendwie ein bisschen verkürzen? Ja, danke. Auftrag gemeistert. Was haben wir noch? Aufträge. Was ist denn hier in der Nähe? Monster hat's. Drei Chimären. Äh. Äh. Achso, nee, warte. Ich weiß, wo das war. Ich gebe erstmal hier. Ich gebe mal den Erfolg. Bekannt. Dass wir die Feste gesäubert haben von Gobbos. Grand Soren. Man muss sich ja auch ein bisschen bei der Obrigkeit beliebt machen. Und das geht am besten, indem ich Monster töte für sie. Ne? Alles gut. Ich bin schon gespannt auf den Assassinen. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal getestet habe. Also, was ich interessant finde, das wusste ich auch nicht. Der kann Schild und Schwert tragen und hat auch Schild-Skills. Also, ich habe Dolch-Skills, Bogenskills und Schild und Schwert. Oder, beziehungsweise nur Schwert, weil ich habe jetzt nur das Schwert genommen. Krasse Sache. Mal gucken, was der so drauf hat, der Kerle. Also, er soll wirklich, wirklich mächtig sein. Gerade die Schwert-Skills, habe ich da gesagt, da haut er ganz schön was raus. Ich werde sowieso jede Klasse mal ausprobieren. Ich habe jetzt den Streicher, den Waldläufer, den Assassinen habe ich jetzt. Den magischen Bogenschützen. Das ist schon die vierte Klasse mittlerweile. Ja, ist die vierte. Die Oberstadt. Hey. Das Gute ist, ich kann jetzt, glaube ich, einen Doppelsprung, oder? Nee. Hä? Kann der Assassine leider gar nicht. Ah, gut, Arisen. Worte von der Verwaltung über die Goblin-Horde, überstellt euch, Sir. Mit der Furt zurück in unseren Händen, das Südde von Grancis ist wieder einmal mehr schildert. Ihr habt noch eine andere von seiner Gräse-Worrieren gebrochen. Lass dein Erfolg weitergehen, Sir. Alles klar. Kult untersuchen, Forschungsgruppe unterstützen, oder die Audienz. Kult untersuchen, Forschungsgruppe unterstützen, oder die Audienz. In truth, most of what we know is the product of such hearsay. They are a band of heretics, who worship the dragon, and welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worms arrival, their influence has grown. Ill news indeed. Hey, keep watch for signs of salvation as you go about your business. If you find old, tell me. Good. I'll rest easier for it, Sir. Na, komm, wir nehmen gleich noch die nächste an. The choice is yours. Certainly. Then here are the details. By the Duke's decree, we spare no effort in gathering knowledge concerning the worm. As one arm of that pursuit, we aid the faith in their examination of ruins and relics. One such ruin has of late become home to monsters. We've received a request for escort. They've asked for you by name, Sir. What response might I give them? My thanks, Sir. His grace has commanded the utmost attention be given to such matters. Pray, speak to Father Geffrey at the cathedral in the city for details of the task. Were the decision mine, I would set every man we have to defending our strongholds. But such is our duty. So, dann kommen nämlich die auch gleich noch an. This is a high honor arisen. See, you do not take it lightly. Here are the details. Wondrous tidings arisen. The Duke is to grant you an audience. His grace wishes to commend you for your valour and your service to the land. Know however, that any errand you have taken on will be left to another to complete. You will also be asked to return your writ of permission to join the hunt. If you have aught left undone, pray ten to me. Before you come to see the Duke, Sir. I must be clear. Your audience with his grace will put an end to any current tasks. And you will be asked to return your license to the worm hunt. Knowing that, are you prepared to see his grace now? I see. Then go and tend to what business keeps you, Sir. I will await you here. Ja, das werden wir nicht machen, ihr habt's gehört. Wenn ich das nämlich annehme, dann werden alle laufenden Quests automatisch beendet. Ist ein bisschen doof. The Dragon? Well, yes, of course, I've heard the news. But what? So, warte mal, hast du... Nö, der hat wieder nur denselben Quatsch. Ich habe auch mal gehört, später bekommt er richtig gutes Zeug, oder nicht? Beziehungsweise habe ich das damals auch selbst festgestellt. Ich vermisse es voll, dass ich mein Schweben nicht mehr machen kann. Na gut. Warte mal, ist das hier das Brotstück gewesen von vorne? Weil ich weiß gar nicht, wo diese Hütte war. Das Rittergut. Gut. Die Ritter. Fancy. Oh, sie heißt Fancy. We must all of us endeavor to remain calm and resolute. Ja, Fancy. Mein Gott, ist die Frau Fancy. Die Tür ist verschlossen, verdammt. Vielleicht da buddeln unter dem Schrank. Nee, das konnte ich bei vorne, weil, aber nicht hier. Okay, dann gehen wir mal zum Priester und holen uns mal Infos ein über die Unterstützung der Forschungstruppe da. Das ist die Dome. So, das war's nicht der Pope. Das ist der Pope. Na? Na? Okay, trefft den Erkundungstrupp. Das werde ich erst mal... Oh. Das werde ich erst mal markieren, den Auftrag. Äh, ja. Begebt euch zu den Wasserfällen bei der Wegeburg und sprecht mit Hazlet. Hazlet. Der schon bei den Ruinen ist. Warte mal. Da ist das. Oh, Herr. Na toll, da habe ich keinen Wegpunkt. Da muss ich wieder runterlatschen, ne? Die Wegeburg in den Bergen. Die Frage ist jetzt... Äh, wie viel... Wie viel Steine habe ich schon gesetzt? Das sehe ich ja hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das geht. Ich habe noch fünf übrig. Dann werde ich einen bei der Wegeburg setzen. Äh, gehen wir mal nach Casades, würde ich sagen. Das ist am schnellsten. Ja, ist am schnellsten. Dann kann ich auch mal die Sache in den Brunnen angehen. Und ich letztes Mal gesprochen habe. Äh, denn aus dem Brunnen hat jemand um Hilfe gerufen. Und ich glaube, da ist jetzt was Neues passiert. Ja. Ja. Da ändert sich ja ständig mal was. Also, das ist das Gute. Es ist eine lebendige Welt. Es bleibt nicht alles gleich. Wenn man Monster getötet hat, dann bleiben die nicht auch weg und bla bla. Ihr wisst schon. Bleibt nicht alles wie es ist. Und ich glaube, in Casades kann ich hier noch eine Eskorte zur Schattenfeste annehmen. Das könnte ich eigentlich nur ganz fix machen. Wuhu. Dann, äh, habe ich das nämlich auch hinter mir. Und das Gute ist ja, beziehungsweise, der Kniff ist einfach, dass man immer nur dann neue Quests bekommt, wenn man alte abschließt. Das ist nicht eine zeitbasierte Sache. Auch. Aber meistens ist es halt so, man muss Quests abschließen und dann tauchen neue auf dem Blackboard auf. Ja. Rorik, das ist er. Das ist der Kerl. Ah, die Schattenfeste. Andaro. Das machen wir ganz fix. Das wäre Schattenfeste. Ui. Eigentlich könnten sie auch jeden Ort hier schon von selbst irgendwie zugänglich machen, sobald man ihn einmal erreicht hat, finde ich. Wie Casades und Grand Soran, so als Zielkristallanlaufpunkt, wisst ihr? Ja. Haben sie aber nicht. Warum auch immer. Die wollten halt echt, dass man sich hier in Wolf läuft. Und wie gesagt, in der Playstation-Version, da hatte man, glaube ich, im ersten Durchlauf gerade mal zwei Zielkristalle. Das heißt, man musste es fünfmal durchspielen. Ja, es gibt übrigens New Game Places, da wird es auch immer schwerer, um halt alles zu kriegen in den Steinen. So, Andaro. Ach, das ist der Bürgermeister. Guck mal an. Andaro. Kommst du mal her? Ja, der Schattenfeste, oder? Guck mal. Achso. Wo will er denn hin? Oh Gott, ist das jetzt... Ist das was Falsches? Das ist gar nicht die Schattenfeste. Wow. Die ist da unten. Na dann. Das können wir auch bewerkstelligen, mein Freund. Da muss man nur in den, äh, Zweifelsglut heilen. Was will der Kerl da? Ich meine, die Gobbos sind jetzt weg, deswegen ist die auch... Ja gut, das war jetzt... Okay, ich hab Quatsch geredet. Das war jetzt eine der Quests, die erst auftaucht, wenn man die Festung bereinigt hat. Guck mal, wie schön schnell das immer geht, ne? Das ist ja fantastisch. Na ja. Haben wir das auch. 5000 Gold gerade mal. Aber was macht man nicht für ein paar Taler, du? Hey, ich hab einen Reisestand bekommen. So. Und wieder nach Casares. Es ist ja ein Hin und Her hier. So. Im Wasserlauen üble Monster habt. Acht. Ihr könnt... Könnt ihr sie nicht umgehen. Ja. Das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, dass... Im Wasser Monster lauerten. Das... Ich muss gerade überlegen. Es gibt eigentlich nur Überland-Kreaturen oder Luft. Ne. Über-Wasser-Kreaturen. Ne. Es gibt, glaube ich, keine Unterwasser. Das ist Quatsch. Da kann ich ja gar nicht kämpfen im Wasser. Wee. Ja, ja. Ich hab's gehört, Rorick. Ich komm ja gleich. Ich will nur mal gucken, ob auf dem schwarzen Brett noch ein paar Quests erschienen sind. Kann jemand hören? Das macht er jetzt den ganzen Tag, ne? Okay. Ja, ja. Ist gut. Denabsteigen. Wie gesagt, ich glaube, das sind jetzt neue Feinde aufgetaucht. Bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass man Waffen nicht gleich veredeln kann. Ich überlege gerade, wie cool wäre das, wenn man den gleich Feuerschaden, Blitz, Eis und so weiter verpassen könnte. Das ist gut. Hier. Spirits here, away from prying eyes, eh? But then, a fearsome rumble came from further yon. Against my better judgment, I went and stole a look. Puss monsters, sure enough. A regular hive of them. Can't let the likes of them loose on the village, I thought. So I stayed here to hold them back. Lucky thing I thought to sneak a drink. I'm well glad to see you, truth be told. I fear the beasts are beyond the means of this old man. Will you go and clear them out, cousin? Aye, thanks. And good luck to you. Don't leave a one of them alive. The path beyond is convoluted and dangerous. Dear cousin, let this protect you. Take care. Pulversphäre. Hey, guck mal, wie die einfach alles weg Ninjaren. Ja, wenn man irgendwas nimmt, ohne dass man's darf, ist es Ninja. Ninja, 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 Ninja. Okay, ich hab keine Lateiner dabei, hab ich vorhin schon gemerkt, weil, seht mal, kein Gegenstand. Ja, hab ich wohl vergessen. Aufspießender Pfeil. Alles klar, das funktioniert schon mal. Okay, sehr. Oh, cool. Oh Gott, das hat die für ne Stimme. Ja gut, ich kann nicht automatisch anvisieren. Ganz vergessen. Da war ja was. Gib mir die Nuss. Du Nuss. Was, die alle fallen lassen hier. Ich hoffe, ihr seht was. Das ist ein bisschen dunkel, aber das geht schon. Ein Schädel. Oh, guck mal da. Das geht voll schnell. Sau, schau, hab ich gar nichts gemacht. Ich hab mal ein paar Ratten geschnetzelt. Faules. Mh. Ein fermentiertes Ei. Geil. Okay, hier unten ist irgendwas. Oh, guck mal, seht ihr das? Da ist ein Durchbruch in der Wand. Der war vorher nicht da. So, erstmal ein bisschen hacken. Ich hab ehrlich gesagt schon mal geschaut. Das Gute nämlich ist, muss ich kurz erklären, an der PC-Version. Man kann hier modden. Ich hab auch unter anderem gesehen, dass man sich unheitliche Items von allem holen kann. Aber das finde ich halt richtiges Cheaten. Ne, ich hab nur geschaut, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese Animation zu skippen durch eine Mod. Dass man zum Beispiel auch nicht auf dem Boden wühlt. Ich meine, klar, es gehört dazu. Ja, es ist auch realistisch, dass man gräbt oder dass man irgendwas weghackt. Na gut, wenn wir es realistisch halten, dann dauert es noch länger. Aber es ist halt für den Spielfluss nicht so gut, wenn ich irgendwie stehen bleibe und dann hier erstmal so fünf Minuten auf so einen Brockenreifen reinhacke. Das ist jetzt übertrieben, aber gefühlt, ja. Gefühlt ist es so. Im Prinzip ist es so. Und, ne, hat's nicht. Hat's leider nicht. Man kann in der Form nicht eingreifen in die Spielmechanik. Finde ich ein bisschen schade. Weil, wenn man so fünfmal auf den Klumpen hier draufkloppt, das ist schon etwas langwierig. Aufschließender Pfeil. Ja. Das ist realistisch. Aber ich meine Schätze. Ah, da sollte der Vertrausamhüller werden. Ah. Da ist er Schnitt. Hey, Vorsicht, wo du da hinstichst. Zack. Das war's. Die lassen gar nicht so viel fallen. Also, mit dem Schwert mach ich schon richtig Schaden, obwohl es halt wirklich physischer Schaden ist. Das heißt, obwohl, das ist physischer Schaden und ich mach eine ganze Menge damit. Warte mal, ich hab noch andere Skills noch, dass ich... Ah, wenn ich jetzt einmal zuschlage und dann warte, dann mach ich was anderes. Oder? Das wird falsch. Ah, schau mal. Zack, zack. Geht's einfach. Ich hab leider kein Quellwasser dabei. Fällt mir grad so ein. Muss ich noch mitnehmen. Hey, Vorsicht. Zauberin ist ein bisschen krass. Und der war schon angeschlagen. Na gut. Es tut mir echt leid, wenn's grad ein bisschen schlecht sichtbar ist alles, aber ich hab... Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja, guck mal, ich kann nicht schwimmen. Seht ihr? Oh Gott, nein. Das passiert nämlich, wenn man in tiefes Wasser geht. Dann ertrinkt man. Nee, gar nicht. Ich fang nur weiter vorne wieder an. Oha, die Muddy ist da. Muddy kommt raus. Hey, das hat mich jetzt wieder... Wisst ihr? Auf schwer hat mich das das Leben gekostet. Zack. What's up? Au. Okay. Ich ess mal ne Nuss. Das bringt gar nix. Das ist so lustig. Zack. Schwanz abgeschlagen. Ach, das war's. Cool. Ich find's viel lustiger, wenn das so ein riesiger Typ wär und der hat so ne quietsche Stimme. Das will ich feiern, du. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Los, weg da. Ja, mein Plan geht nicht so ganz auf. Ich wollte jetzt Zeit sparen, aber irgendwie muss ich jetzt nochmal zurück zu dem Typ. Na komm. Dann geh ich nochmal ganz kurz hoch ans Lager, holen wir da noch ein bisschen Quellwasser. Rasten werde ich jetzt nicht, weil das Problem ist, dann wird Sorsha so abgespeichert auf der Klasse und mit der Ausrüstung. Das will ich ja nicht. Ihr sollt sie ja als Tanker-Dean ausleihen. Als kleine Masochistin, die ihr Leben für uns einsetzt. Und für euch. So, Hub. You'll not see me stealing. This is a quiet spot, but... Well, ich hab's doch... Da ist noch mehr. Na klasse. Na klasse, da ist noch ne Ratte. Das bestes Räppchen. Gibt ne Ausdauer. Ich glaub mir, ein paar Pilze in Casales. Große Pilze. Beste Ausdauerlieferanten. Ach, hier ist auch noch was. Guck mal. Ach, ich dachte, das... Ne, egal. Vergess es. Ich dachte, das wäre woanders. Das ist so hässlich. Ach, die Eier. Oh Mann, muss ich da lang drauf schießen, so. Oh. Das wird da... Ach, du geh denn. Wie sind das denn? Ey, das dauert jetzt ein bisschen. Oh. Da wird ein Ausstück hoch. Okay. Wie gesagt, das dauert jetzt nur leider. Okay, Leute, ich halte ein paar Mal ein bisschen kürzer. Äh, ja. Bisschen bunseh nicht, ob ich das... Oder? Ne, komm. Ich überlege gerade, weil... Vielleicht sagt der Typ ja noch was Wichtiges. Ja, super wichtig. Pass auf. Der Eiermann da oben. Okay, das war's. Verstattet Rorick Bricht. Oh, ich werde nicht hauen. Hau, 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 hau. Auch noch mehr Schädel. Ne, kann ich nicht aufheben. Ne, wie gesagt, ich werde mir ganz kurz was zum Heilen holen. Dann werde ich mir noch eine Lampe aus dem Inventar mitnehmen. Ich meine, ich hätte die vielleicht irgendwann mal ins Lager gepackt, ne? Tschüss, Ratti. Habe ich dir den Kopf abgeschlagen? Irgendwo ist es da weggefallen. Ich habe es nicht gesehen. So. Vielleicht sind wir da. Okay. Ich habe es jetzt übersprungen, Leute. Ich mache Schluss. Ich mache Schluss mit dem Part. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal mit Dragon's Dogma Dark Arisen. und bis zum nächsten Mal mit Grandma's Dogma Dark Arisen. Ich mache es mir sehr Typen. Vielen Dank.